Hallo Freunde, hier ist euer Freund Salih. Alles gut? Ich habe nächste Woche einen Kampf im KFC und wer am meisten ist, der hat gewonnen. Und jetzt ist da mein überdurchschnittlich zurückgebliebener Sohn, der bringt mir ein paar Übungen bei für Verdauung. Ich bin nicht durchschnittlich zurückgeblieben. Verzeihung, überaus durchschnittlich zurückgeblieben. Habe ich besser gesagt jetzt? Perfekt, sehr gut. Er bringt mir ein paar Übungen bei, weil wenn man viel isst, muss man auch schnell verdauern können. Und ich muss ja gewinnen. Und er zeigt mir heute ein paar Übungen, die gut sind. Auch für euch da draußen, falls ihr Training braucht, hört nichts. Hört nicht, was er sagt. Zeigt mal, was du da drauf hast. Also, erstmal in die Kampffosition. Schnell machen. Mach gut. Mach gut. Verpasst du das gut? Das ist für Fellbogen. Fellbogen, okay. Also sehr gut. Schau mal. Also mach nochmal. Okay. Nein, nein, nein. Ganz falsch. Ganz falsch. Ganz falsch. Also. Kampfposition. Mann, das sei gut aus einem Runde. Ich probiere das auch. Beide bis mir her. Ja. Reicht ja nur einmal. Dann. Machst du auch gut für andere Übungen? Nein, für andere Übungen zeig ich dir neue Übungen. Okay. Okay, gut. Falls ein Gegner kommt, dem bringe ich das nicht bei. Falls ein Gegner kommt, mit beiden Händen. Bei dir jetzt mal. Fass mich an, aber langsam. So. Wenn das passiert. Habt ihr gesehen? Ja, er lacht. Oh mein so, du bist eine Wunderliste von der Dummheit. Guck mal, wie das wird. Guck mal, wie das wird. Du bist ja noch am Aufnehmen, wenn ich mir das nicht mache. Komm, sag mal, was du brauchst. Also Mann, du hast dich rein. Haben wir gerade nicht hier die Wunderarten rausgerissen. So, komm her, komm her. Töse, komm. Du bist wirklich an die Brust greife. Kalk mal an die Brust. Ich bin jetzt so ein böser Stück. Ja, du bist ganz böse. Ich kann so ein bisschen sein. So. 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 Ja, nee, das ist zu langsam. Okay, egal. Gehen wir einen Schritt weiter. Oh mein so, ich will ja nicht fänden. Gehen wir einen Schritt weiter. Ähm. Nein, 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 ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Oh, radio. Wir sind am Trainieren, die neue Kampfverschule. Das ist meine Kampfschule. Ich will nur ganz kurz Werbung machen. Mein Gott. Das ist die Ultimate Ellbogenesser. Ja. So, jetzt der Neue. Der Neue. Ja, ja. So. Lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen. Natürlich nicht. Ich muss ja gewinnen. Jetzt pass mal die Jacke auf. Wenn das funktioniert, ist dann. Unterlein. Zu schützen. Okay. Dreimal. Ja. Jetzt machen Sie das mal nachts. Papa, du. Ich bin total. Ja. Wie geht das? Franzose Bewegung. Also, falls einer dir am Kopf backen möchte, reifst du unter. Nie mit der Faust, nie mit der Pulsa. Grabe mal n Kopf. Grabe mal n Kopf. Ja. Nochmal. Du musst den Pliess fangen. Du musst den Pliess fangen. Du musst den Pliess fangen. Ich hab's euch gesagt. Das ist lieber durchschnittlich dumm dieser Junge. Okay. Also, das ist hoffnungslos. Er wird von jedem bei UFC und KFC geschlagen. Alter. Nochmal. Greif mich so an. Ja. Egal. Ja. Mit der Hand. Entschuldigung. So. Wenn der Gegner dich angreift. Greif an. Du bist von dem Wagen wahrscheinlich. Greif an. Greif an. So. Das war fast ein bisschen getroffen. So. Dann. Er ist sehr effektiv. Weck zieh. Sehr effektiv. Zeig mal. Greif mich an. Zu langsam. Okay. Ich hab dich locker ins Kehlkopf. Bein gebrochen. Falsch. Das muss auch gut aussehen. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Nein. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Okay. Auf jeden Fall. Er ist bereit. Für KFC. Meine Damen und Herren. Wir begrüßen ihn nochmal an die Kampfstuhle. Entschuldigung. Ich werde jeden auseinander nehmen. Ich stehe hier. Falls ihr kämpfen wollt. Und fressen wollt bei mir im KFC. Mit mir im KFC. Bei mir. Wo ihr wollt. Ich bin jetzt schon der Champion. Ich bin jetzt schon der. Ja. Hey. Naigora.